Herzlich Willkommen zurück zu Mass Effect 3 Multiplayer Wir spielen gerade gegen Goldgegner Ich habe eine neue Waffe, irgendwie so ein Granatenwerfer oder sowas Und wir haben einen Zuschauer dabei Der wollte schon mal mitspielen und war aber lopp Wir spielen gegen die Mongos, da habe ich schon wieder richtig keinen Bock drauf Das ist uncool Oh 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 Ernsthaft Naja, ich habe auf jeden Fall auch nur die neue Sniper Ähm Lol Wieso greifen die nicht an? Etwas uncool Der ist cool, so um die zu stammen und zurückzukicken und so Das ist echt gut Aber viel Damage haut die nicht raus Aber viel Damage haut die nicht raus Aber viel Damage haut die nicht raus Okay, ja, okay, hier brauchen wir fast das ganze Magazin Na komm schon Schirrp! Jung Vorsicht! Schilde verloren! Schilde verloren! Schilde verloren! Schilde verloren! Schilde verloren! Jetzt schieße ich! Haha Was ein Scheiß Wo sind denn die Gegner? Alter, wie die schlucken. Boah, wie ich das hasse, ey. Diese Scheißen. In die Ecken von Deckung zu Deckung rollen, ne? Die Kotzreize. Das hasse ich, also das muss ich an dem Spiel kritisieren, dass sie das echt schlecht gemacht haben. Dass sie es auf der gleichen Taste gelegt haben, also erleichtert ist echt voll für den Arsch. Brennen, johon. Brennen! Oh oh. Oh 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 oh. Ich will nicht dabei sein, wenn das hochgeht. Da wird's auch genau darin stehen dann, ey. Tja, ich kann mich da jetzt nicht schlecht wiederbeleben. Komm schon. Also das Gewehr gefällt mir auf jeden Fall sehr, sehr gut. Das hat so einen richtig schönen Sound. Oh, ich fasse das, wenn Kollektoren... Ohne Witz, es gibt ja Platin. Platin ist einfach nur mit Kollektoren. Das heißt, ich spiel's auf Gold mit den Kollektoren. Ich spiel also zum Platin. Das ist so für'n Arsch. Wieso recken wir denn alle die ganze Zeit so? Ja, ich kann mich jetzt schlecht wiederbeleben, Kumpel. Und der Typ ist AFK hier. Das gibt Bestnoten fürs Team. Feind sammelt sich. Nee, 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 Leute. Wir haben Glück. Wichtiges feindliches Personal in Ihrem Gebiet. Finden Sie die Ziele. Sie wissen, was zu tun ist. Was dann? Verstanden. Och nö, Leute. Ich hasse dieses Viecher. Bumm. Bumm. Süß. Bumm. 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 dass man mehr schießen kann ich glaube das war der Unterschied krass wie wenig ich den nur an Schaden mache wenn ich den einfach auf die Fresse schieße also auf den Bauch schieße auf den Boost oder so brenne komm schon tschö so sicker schwärmer wollte ich eigentlich nicht schießen da hat er geguckt im Hedgehog kassiert jura hinten ganz schön was dann daraus wird menschen nicht alleine umlaufen hallo genau dann weil ich bückte dort stück Ich weiß schon, dass da schon einer ist. Volle Trittkreise. Am Anfang habe ich ihn geleckt. Jetzt habe ich ihn weiterhin konstant. Ich habe eine neue Grafikkarte. Ich habe noch eine Grafikkarte. Das habe ich noch gar nicht erzählt. Das habe ich dazu gelegt. Damit die Spiele nicht mehr so lecken. Am Anfang, wenn man ihn aufnimmt, leckt er erst mal extrem. Mein Vermutung ist einfach. Weil ich auf automatisch gestellt habe. Damit ihn nicht immer voll ausgelastet. Energiemäßig und sowas. Dass er erstmal checken muss. Dass er gebraucht wird. Also sozusagen erst bei Auslastung. Die sich dann von der Speicherkapazität her und sowas steigert. Och ne. da ist er.